die nächste woche nummer 21 sind da nürnberg bewirbst sich die zehnte nacht ist vorbei und für 27 euro für drei monate die zehnte lande nach der wissenschaft war am 21.05 in nürnberg führt und erlangen nach zweieinhalb jahren waren die besucher ihnen wieder vor der tür hauptnah an der technik wehnschaft oder den austausch mit den fachkräften wir waren beim jugendmedienzentrum connect und film kunsttheater in der nähe vom aufsee abla in nürnberg im connect wird die stadt führt in minecraft nachgebaut seit anfang 20 21 sind die mit dabei umzusetzen das hardenberg gymnasium hat den südteil gebaut trickfilm und eine programmieren im theater haben wir die alte kunst der film und theater gesehen die zehnte so und dann kommen wir auch zum ersten thema das 9 euro ticket kommt das hat der bundesrat und tag am verdammten freitag und donnerstag entschieden das ticket ist ab heute in den verkaufsstellen verfügbar online auch seit samstag ab dem ersten juni auch am ticket automat der deutschen bahn das ticket wird für einen monat und wird für drei monate verfügbar ein pro monat zahlen sie 9 euro für drei monate zahlen sie 27 euro mit dem ticket können kann man durch ganz deutschland reisen mit den regional süden ICE und IC sind von der sache ausgeschlossen so und somit kommen wir zum nächsten thema der stadtrat beschloss am 18.05.2022 auf eine bewerbung für die 50. jubiläum landesratenschau bayern 20 30 ja äh nünberg hat zum 27.05.2022 zeit ihre bewerbung ein an die bayerische landesratenschau dmbh einzureichen im juli wird eine jury die vor ort bedehende gelände anschauen die stadt plant zwei teile des burgraben zu nutzen von hauptbahnhoch bis zum plärer und nordwestliche unterhalb der Burg die kosten laufen auf ca. 46 bis 51 millionen euro die stadt wird mit einem anteil von ca. 24 millionen euro sich beteiligen tja das waren die nächste woche 21 mal wieder sehr interessante themen drinnen und wie es weitergeht mit nächste woche das seht ihr in einer woche schaltet wieder ein schönen tag macht gut ciao musik 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 musik